hey cool war ist das schön und 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 Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich so. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas, Nigellus, Blatt. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl? Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Hogwarts Legacy. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die letzte Folge hat mit einem Wumms geendet. Ohne Verabschiedung. Ja, ich dachte, wir steigen hier jetzt einfach neu ein, wenn wir hier quasi auf unseren Hut treffen. Ja, es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr die anderen zwei Folgen mit reingeschaut habt. Wir sind jetzt in der dritten Folge. Und ja, wir werden jetzt einem Haus zugeteilt. Und wir werden jetzt mal sehen, was passiert. Du hast bereits gewisse Vorliebe. Bestimme deine Wand. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Hm. Was will ich denn? Was wollen wir? Was möchte ich als Magnus? Ich möchte eigentlich gern erkunden, ne? Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Genau. Hm, in der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Das vermute ich wohl, oder? Interessant. Und da werden wir wohl hingesteckt, meine Lieben. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Hm. Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Eigentlich bin ich neugierig, ne? Kühn. Ja, geizig sind wir schon auch, ne? Aber Kühnheit... Hm, ein bisschen neugierig. Ich mag gute Rätsel. Und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. Hm. Hm. In der Tat. Du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Hm. Der sprechende Hut wird deine Entscheidung berücksichtigen, wenn er dich einem Haus zuweist. Haus Ravenclaw, bekannt für Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn. Wisst ihr was? Wir nehmen es an. Wir sind in Ravenclaw. Du gehörst nach Ravenclaw. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Ich bin hier mal auf den Ravenclaw gespannt, meine Lieben. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum. Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Da geht's ja schon los. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder ein Poltergeist? Hm. Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Interessant, meine Lieben. Ich vermute mal der erste Morgen. Auf Hogwarts, oder? Willkommen in Hogwarts. Binde deinen Gemeinschaftsraum. Vielleicht soll ich Ihnen folgen. Ich würde hier einmal kurz abspeichern. Und zwar hier. Kurz mal kurz schauen, was hier alles gibt. Ja, okay. Lass uns doch mal umgucken, wo wir hier sind. Jetzt schaue ich also unseren Raum hier. Was haben wir hier Schönes? Ja, wir sind ja neugierig, ne? Oh, Entschuldigung. Oh, lad die Waldfee. Ups. Heh. Das wollte ich jetzt nicht wirklich kaputt machen. Wir müssen ja gleich mal wieder... Was ist das? Apple Bee Arrows. Okay. Was haben wir hier? Spiegel. Ich glaube, zeigt mir wirklich was an. Was gibt's da oberhalb? Hm. Ach so, der Weg geht nach oben, ne? Finde deinen Gemeinschaftsraum. Ja, gut. Und gehen wir mal den Gemeinschaftsraum suchen. Ich höre irgendwo Stimmen. Links oder rechts? Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Stell dich Amy vor. Stell dich Everett vor. Stell dich Samantha vor. Was ist das hier? Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Was ist das hier? Was ist das hier? Einfach mal schön umgucken, meine Lieben. Was hier alles so gibt. Wem kann man sich denn hier... Das ist auch so mein... Gemeinschaftsraum. Das sieht ganz hübsch aus. Darf man nicht, ne? Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Der neue Fünftklässling. Der wohl hier kommt. Seltsam so spät wird der Schule abgefahren. Hm. Das ist ja mal... Ach, der Hausgeist. Schaut mal. Zuhausegeist. 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 Gleich wird's interessant. Everett... Kleppt. Kloppt. Komm, lass uns Everett... Lass uns mit ihm mal intagieren. Das sieht so ähnlich aus wie ich. Ah. Okay. Ein Spaßvogel, ne? Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Ah ja. Nun, was hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Everett. Ich freue mich auf den ersten Tag. Eigentlich bin ich leicht nervös. Ich freue mich auf den ersten Tag. Ich bin nur froh, dass ich hier bin. Bereit für den Unterricht. Sehr gut. Das freut mich. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Warte. Sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. Nett dich kennenzulernen. Ebenfalls, Everett. Okay. Amit und Samantha. Müssen wir uns noch vorstellen. Ist das die Samantha? Ah, da kann man einen Apfel essen. Lecker. Samantha Day. Lass uns mal vorstellen. Die Mädel. Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Aber ich finde ihn nicht. Knifflige Koboldsteine. Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha. Verwendet man Diptam für den Mega-Power-Trank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Fick vom Mega-Power-Trank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Fick ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Professor Fick weiß eine Menge über, ähm, verschiedene Arten von Magie. Ich hoffe, er hat dir nicht nur vom Mega-Power-Trank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Ist es üblich, dass Schüler ihre Zutaten selbst anbauen? Oh, ja. Unsere Kräuterkunde-Lehrerin, Professor Garlick, unterstützt das sehr. Und ich glaube, Professor Scharp, unserem Meister der Tränke, ist es egal, woher die Zutaten sind, solange die Tränke gelingen. Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie. Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kärchen. Ich bin sozusagen mit Kräuterkunde aufgewachsen. Vielleicht kann man das ja noch brauchen, ne? Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem Dip-Tam. Danke. Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Dankeschön. Ah, hermit. Müssen wir uns nicht vorstellen. Wo steht er denn? Hoch. Da fliegen Blätter rum. Hallo? Was bist du für einer? Ich muss mir dann aufschauen. Ich mache mir hier Notizen. Ob man das braucht, weiß ich nicht, aber... Takara. Mal gucken, wie man den ausspricht. Oh. Ein Schönling. Gerne. Okay. Canopus, Vega und Arctur. Ich bin Amit. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt auch nicht empfehlen. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Du magst also Astronomie? Oh ja. Man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Etwas Belebendes. Astronomie wird dir gefallen. Professor Shah ist unglaublich bewandert. Ich würde gerne Astronomie belegen. Klingt interessant. Dann habe ich gute Nachrichten. Du belegst auf jeden Fall Astronomie. Es ist Pflichtfach für alle Fünfklässler. Der Turm wird dich begeistern. Außerdem kann ein gutes Teleskop dir Dinge zeigen, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos. Ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wir sehen uns. Okay. Hallo. Dichtig mit Professor Weasley vor dem Gemeinschaftsraum. Lass mich mal sehen. Soll ich mich dort mit ihr treffen. Also gut. Dann gibt es hier erstmal nichts mehr zu gucken. Das ist nur zum Drehen. Was kann man hier machen? Nichts. Hier. Da passiert nichts. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier runter müssen, ne? Ah. Da ist die Miss Weasley. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Hm. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. Ja. Definitiv. In der ersten Tag in Hogwarts. In der zweiten Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. Äh, ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Okay. Und das wäre? Bitte sehr. Dankeschön. Ein spezielles Buch, oder was? Hui. Wie ist das süß? Cool. Wow. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlärmtes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Aha. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Gerne. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Gerne. Hier lang. So, meine Lieben. Lasst uns Ihre Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Ist das wahrscheinlich alles noch nicht freigegeben? Ich bin ein Zauberkunde. 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 Da ist immer noch ein bisschen Kuckuck, meine Lieben. Bei all den Geschirrnissen habe ich Angst, alleine hinzugehen. Arby Weeks von Spintwitches hat so interessante Ideen zur Verbesserung von Wesen. Das sieht sich echt gut aus. Das Leben in den Dörfern scheint ziemlich öde zu sein. Ich würde lieber in einer Stadt wie London wohnen. Ich könnte jetzt ein Butterbier aus den neuen Wesen verbrauchen. Ein Butterbier, ja, das könnte ich jetzt auch brauchen. So, meine Lieben. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt einen Cut. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir speichern jetzt hier ab. Und ich freue mich mit euch zusammen demnächst ab hier wieder weiterzumachen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ja, das waren die ersten drei Folgen. Ich bin gespannt, wer alles von euch dabei ist. Und ja, lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr es bis jetzt findet. Ich weiß, ich bin nicht der große Actionheld. Das habt ihr in der letzten Folge gemerkt, wo es darum ging, hier gegen die Ritter zu kämpfen. Wahrscheinlich, wenn es wieder zum Kampf geht, habe ich wieder alles vergessen. Ja, wir gehen weiter voran. Es wird, denke ich, vor allen drei Tagen, zwei bis drei Tagen, werde ich eine neue Folge für euch hier bringen. Je nachdem, wie ich dazukomme. Und ja, ich hoffe, ihr seid natürlich weiterhin mit dabei. Und ich freue mich mit euch zusammen hier diese gigantischen Aufnahmen zu sehen. Und die Grafik, die ist bombastisch, gefällt mir super gut. Und ja, ich hoffe, ihr seid auf meiner Reise des Magnus Sauberle, dass ihr weiter dabei seid. Und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.